Hallo Welt! Da sind wir wieder. Ganz in der Nähe von Gutshaus Billings. Wie man sieht, haben wir unser Camp aufgeschlagen und wir schnarchen noch ein wenig. Ich sehe gerade nicht, dass der Livestream funktioniert. Es ist nicht wirklich grau, aber auch nicht wirklich grün. Jetzt ist es grau. Oh, geht das nicht? Nö, es ist ein schönes Gelb, was ich hier sehe. Ein bisschen wenig grün in dem Gelb, finde ich. Ja, aber ansonsten scheint es zu laufen. Ich denke, das Internet wird sich schon einkriegen. So OBS sagt mir auf jeden Fall, ist alles grün. Nur YouTube ist noch ein bisschen gelb. Naja, stehen wir mal auf. Wird sich hoffentlich gleich einkriegen. Wenn gleich jemand da ist, dann bitte ganz kurz mal Hallo schreiben im Chat, damit ich weiß, dass es dann wirklich geht. Ansonsten stehen wir mal auf. Fast verhungert wären wir während des Schlafs. Oh, lecker. Nach dem Aufstehen Kartoffelchips. Mh, köstlich. Und unser Klingenkorn ist fast hinüber. Ah, okay. Ich sehe, alles im grünen Bereich. Sehr schön. Ja, dann machen wir uns mal hier an die Inneneinrichtung. So ein wenig. Wichtig sind doch erstmal auch die Werkbänke. Mal gucken, was wir da so eingelagert haben. Ich habe das immer ganz gerne so alles beieinander, damit man nicht so weit laufen muss. Oh, das ist die einzige Werkbank. Das kann aber nicht sein. Ach, hier ist was. Unter die Treppe? Na, das passt nicht so gut. So. Untertitelung des ZDF, 2020 So, kriegen wir denn hier eine Lagerkiste hin? Na, das wird ein bisschen eng hier. Oh, ja, das passt. Was fehlt denn noch? Natürlich, die Braustationen kommen auch noch. Das Wichtigste, deswegen sind wir überhaupt hierher gezogen. Und die Waffenwerkbank. Na, das ist ein wenig, wenig Platz. Also, was wir hier hinkriegen, vielleicht noch die Rüstungswerkbank. Das könnte passen. Unter die Treppe. Na ja, so schön ist das jetzt auch nicht hier an der Stelle. Würde das denn funktionieren, oder stoßen wir uns den Kopf? Äh, schwer zu sagen. Ja, sieht man jetzt nicht. Aber scheint zu klappen. Aber die Rüstungswerkbank, wie machen wir das denn damit? Ich meine natürlich die Waffenwerkbank, Moment. Ne, die passt hier nicht mehr hin. Direkt am Eingang hier. Da hat man aber eine schöne Stolperfalle. Das gefällt mir nicht so gut. Und das ist auch zu eng. Oh, das passt ja. Können wir das Teil hier vielleicht mal wegnehmen? Oh, Moment. Erstmal hier oben die Teile einlagern. Von wo können wir uns denn hier Strom klauen? Ja, ist egal. Kommt von allen Seiten hier. Ah, passt das denn durch? Oder sieht das irgendwie komisch aus jetzt? Äh, ja, es passt. Wir können das noch so ein bisschen drehen vielleicht. Naja, ob das jetzt so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Aber so, dann hätten wir gleich ein Licht hier drin. Ach, wo ist das Licht? Hier ist das Licht, da ist das Licht. Ja, da war es doch. Oder andersrum? Andersrum ist vielleicht noch besser. Warum qualmt es sich? Ach so. Nach oben hin haben wir ja ein bisschen Platz, oder? Ach, das geht so. Da stößt sich schon niemand den Kopf dran. Ist okay so. So, Waffen haben wir da. Ja, alles haben wir da. Passt eigentlich so. So, mal sehen, was noch eingelagert ist und was weg kann. Oder? Oder wir bauen erstmal die Brau... Das Brauereihäuschen auf. Oh ja, da kann einiges weg. Ah, da haben wir schon kompakt gebaut diesmal. Da haben wir die Brauerei. Ich hätte fast gedacht, dass wir die komplett neu bauen mal. So weit können wir bauen. Die Brauerei sei ein bisschen versteckt vielleicht. Wer weiß, was wir da so schwarz brennen alles. Oh, ich denke, hier kann man die hinstellen. Wow, das finde ich so genial, dass man so viel Platz jetzt hat. Das ist mit Sicherheit größer geworden hier. Den Bauplatz, den man zur Verfügung hat. Na ja, wenn es einmal steht, dann steht es jetzt. Mal weiter rauscrawlen geht nicht. Ja, so richtig sehen, so richtig sehen kann man das jetzt nicht. Vamos, was für mich. Dannmal wer! Man, wir schlafen irgendwie nie. Was ist das nicht nur enterrin? Dann bin ich ... ... Es wurde nichts ausgewählt, warum denn nicht? Es will nicht Ja, es wurde nichts ausgewählt, komischerweise Das kleine Bäumchen hätte ich eigentlich schon ganz gerne stehen gelassen Ja, wie kann das denn sein, dass hier nichts ausgewählt wurde? Ich meine, die anderen Sachen konnten wir ganz bequem hier hinstellen Aber hier wurde nichts ausgewählt, mysteriös, mysteriös Ja, es wurde nichts ausgewählt, müssen wir später nochmal versuchen Allerdings ist das doch das Wichtigste hier mit der Brauerei Ja, ansonsten bauen wir das einfach nochmal neu, oder? Geht glaube ich schneller, als sich damit jetzt rumzuplagen Außerhalb des Bauchbereichs, okay Ach, das kriegen wir schnell nochmal neu aufgebaut Vielleicht verschrotten wir das alles Oder lagern das ein, dann können wir die Sache nochmal neu aufbauen Ja, ja, bauen wir nochmal neu Wie sieht das Ganze aus? Schön klein, kompakt Ja, das reicht Zum Braunen reicht das Dann sagen wir einmal lagern Blaupause löschen und alle Komponenten lagern, ganz genau Peng Ah, hier Wollen wir mal sehen, ob das hier irgendwie hinpasst In die Ecke Es wurde nichts ausgewählt, irgendwie Aber das glaube ich doch gar nicht Na nun, ach so, Moment Ach, das hätten wir vorhin mal machen sollen Das hatten wir glaube ich schon mal Und ich glaube jetzt könnte das klappen Na also Not für mich also Und Nicht 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 schön schön dann brauchen wir erstmal eine tür ja hier am baum ob das klappt oder im gebüsch spock hallo schön dass du da bist noch mal wir sind mit den gebäuden hier fast schon fertig wie man sieht ganz so viel fehlt hier nicht mehr zack die brauerei die bauen wir noch mal nach online außerhalb des baubereichs hier jetzt echt das ist schade ja 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 das müsste aber reichen wenn wir das jetzt so hier hinsetzen das andere fundament da dran einmal wo ist es der baum steht noch ok das ist der gerbert ich okay der wird hierhin passen da geben wir erst mal das dach drauf packen wir erst mal das dach dachdecker und dann gerbert ich hier schön hin so fenster wand und fertig ist moment was nehmen wir denn da für eine wand ja diese hier ist doch ganz gut tür tür haben wir auch noch eingelagert wunderbar deckel drauf was haben wir dafür ein dach eingelagerte für das hier oder so eins ich glaube dass hier sieht irgendwie ein bisschen besser aus ja dann natürlich die brauerei die man von außen vielleicht sehen kann damit man gleich weiß ach da kann man braun und damit man beim braun hier aus dem fenster gucken kann passt nicht so richtig schade ja das hätte ich dann schon hier ganz gerne an der brauerei das schild dort plakat hier gut irgendwas fehlt hier die lagerkiste natürlich die lagerkiste sich und 交de sie sie Eine vielleicht nach vorne? So, für die Leute, die vorbeikommen hier, können dann gleich ihr Zeug hier reinschmeißen. Brauerei im Freien finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Also so eine Laborstation, da muss man nicht so weit rennen. Ja, ruhig in der Nähe. Ja, wo ist vorne und wo ist hinten? Ich meine, die Klappe? Hier vorne ist eine Klappe. Das müsste vorne sein, also. Oder? Na ja, werden wir schon sehen. Ach, die Mutterbeere hätte ich ganz gerne hier behalten. Die muss ja nicht weg unbedingt. Dann bauen wir das eben auf diese Seite hier. Andersrum, glaube ich. So. Obwohl, Moment. Ne, doch so rum gehört das, oder? Sonst kommt man ja gar nicht oben da so an die ganzen Hebel und Schrauben. Da kommt man doch sonst gar nicht dran an die ganzen Räder hier. Ja, so. Mutterbeere bleibt. Ja, da spült sich ein bisschen mehr hinter der Bühne ab dann. Ja, so eine Wasserpumpe, damit man nicht bis zum See runterlaufen muss, bis zum Fluss. Oder, damit man sich hier die Hände waschen kann gleich, nachdem man sein Geschäft erledigt hat. Ja. Vielleicht dann so. Und da ist aber noch einiges, was wir hier bauen können. Ja, die Teile haben wir auch gar nicht gebaut. Die Wasseraufbereiter, die kleinen. Oh, eine Treppe war eingelagert. Oh gut, praktisch. Ach, noch eine. Mal sehen, hier brauchen wir glaube ich keine. Ja, wird schöner aussehen. Aber dann bauen wir vielleicht hier nachher lieber irgendwas noch, damit man hier rauf gehen kann. Genau, das hier habe ich gesucht. Ja, welche Animation ist denn jetzt besser? Also wenn wir das hinstellen, dann kurbeln wir eben da dran. Das geht glaube ich schneller. Aber das ist auch größer, das Teil, so vom Platz her. Och, das ist doch eigentlich ganz gut. Dann setzt man sich eben auf den Boden. Oh, Moment. Ah gut, ich dachte, das verschwindete im Boden. Und die Stühle drumrum natürlich, damit das auch schön aussieht. So, Richtung Straße gucken. Okay. Die Powerstation, Powerrüstungsstation. Ja, bis jetzt haben wir es ja noch nicht so mit Powerrüstung. Vielleicht stellen wir die hier so am großen Baum einfach hin. Falls Besuch kommt, damit jeder hier so seine Powerrüstung reparieren kann. Und weiter geht's natürlich in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.